Mahlzeit! So, neue Runde W.O.T. Diesmal wieder mit dem Puffer. Ohne Kalderos. Der musste weg, weil der war zu inkompetent. Nein, er musste halt einfach los. Was fährst du da? Achter? Achter, was nehme ich denn da? 7? Achso. Meine Augen, ich werde alt. Oh ja, ist das ein alte Knacker, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt gehe ich, da wollte ich doch hin. 7, 7, was haben wir denn da? Da habe ich gar nichts. Oh, ist egal. Dann fahr ich... Kannst du auch hummeln. Kannst du auch hummeln, ja. Hummeln kannst du auch. Dann fahr ich jetzt eine Runde Hummel. Overlord. Jetzt können wir uns ja sehen, wie gut du ein Artifant bist, ne? Ja, wieso? Das haben wir doch davor schon gesehen. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Es kommt nur scheiße gegen Fernsehen. Lol, du guckst Fernsehen. Na, lol. So, ich stehe hier wieder ganz alleine am Arsch der Welt. Wunderbar. Ist doch Standard bei dir. Na ja. Mach mich noch fertig. Mach ich doch nie. Los geht's. So, fahren wir da mal rum. Ach, das kann ich schon fahren. Das soll ich mir fahren. Ich fahr natürlich auf die Seite. Ich suche mir ein hübsches Gebüsch. Ich stelle mich dahinter und dann gucke ich mal, ob ich was für die Flinte kriege. Ach, lol. Die haben nur so komische 6er, die. Ach so. Ist das so eine komische? Eine LV haben sie. Na ja, die muss relativ nah ran fahren und schießt halt dafür aber schnell. So, da kommen auch schon meine ersten Kollegen zu mir. Was mache die hier? Weiß ich nicht. Vielleicht haben die Angst. Ich hab einmal gefurzt und jetzt kommen sie an und wollen alle schnuppern. Ach so. Oh, da haben wir doch schon mal einen hier. Ein Krummel. Und noch ein Krummel. Oh, der ist aber auch schon weg. Oh, das ist ein Krummel. So, da kommen wir nicht ganz ran. Da oben kommt noch was. Da ist auch noch ein Krummel. Wunderbar. Den nehmen wir jetzt mal aus Korn hier. Ach, das lohnt sich schon wieder gar nicht. Dann gehen wir auf den Type 59. Guck mal, hier bei mir in der Mitte ist ganz, ganz viel los. Oh, und ich schieße über den Type drüber. Bei dir ist viel los. Ja, dann gucken wir mal bei dir. Ja. Wir passen nach. AMX und oi. Ah, der AMX lädt nach. Da auch nicht. Ja, ich lade auch gerade noch nach. Aber wenn ich fertig geladen habe, hat der OI eine Granate im Arsch. Das lohnt sich auch schon wieder nicht. Und ich schieße auch wieder drüber. Boah, Alter, was ist denn hier los? Oh, der AMX kommt. Aufnahme läuft und ich verkack wieder alles hier. T34 kommt jetzt zu dir. Ach, Mann. Knapp unten drüber. Nee. Knapp hinten dran. Der ist genau kurz vor der, äh, kurz vorm Einschlag ist er stehen geblieben. Haha, da hat er gedacht, da hat er gedacht, du. So, der Type ist eigentlich auch fertig. Gucken wir mal, was hier unten kommt. Was kommt denn hier unten? Haben wir noch eine E-S-Dry. Einen schönen scheiß Schusswinkel hier. Das war knapp. Na, immerhin mal getroffen. Oh, ich brauche Hilfe. Ja, ich weiß. Wir fahren gerade nur auf mich drauf zu. Ja, zu passen. Du bist doch der Einzige, der da noch in der Nähe ist. Ah, ne, doch. Da haben wir noch einen Jagdbarzer. Wir haben sie bös erwischt. Die prallen an. Wir haben das doch der Witz gerade hier. Guckt nochmal, dass ich dem T32 noch ein bisschen was abziehe. Hä? Hä? Wo sind der Schuss jetzt gelandet? Komm beim Haus. Gibt's doch mal. So, dann aim ich mal auf den WZ an. Der bei uns im Cap steht. Der WZ bei uns im Cap steht. Der WZ bei uns im Cap. Ja, sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Ja, sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Oh, Puffa. Schon wieder. Schon wieder. Oh, jetzt bin ich offen. Fahrzeug zerstört. Wieso muss man es rausschneiden? Guck mal einfach einen Piepston drüber, Alter. Ja, das meine ich doch damit. Ach, ihr Loll. Weißt du? Rausschneiden und Piepston. So, finde den Fehler. Ich mache da ja keinen Piepston. Und ich schneide dann einfach da kurz die Audiospur aus. So. Na ja, immerhin plus gemacht. So, Festplatte jetzt voll oder was, ne? Ne, komm, eins geht noch. Was? Ja, hallo, ich mach doch nicht nur ein Gefecht hier pro Folge. Wie, schon wieder 7er? Ey, ich muss mal mal 3 kriegen. Ja, dann fahr ich jetzt aber ein 8er. Ähm, dam 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 dam. Wo haben wir das denn? Nehmen wir das mal hier raus. Bauen wir es hier ein. Zack. Und dann fahren wir eine Runde Ferdinand. Nur Arti gucken ist ja auch immer langweilig. Denke ich mir zumindest mal. Stalingrad. Wunderbar. Ich glaube, da werde ich auch relativ schnell den Löffel abgeben. Warum deine Karte ist so gut für dich? Ja. Einfach Wanneself stellen. Ja, das sagst du immer so leicht. Ich weiß. So, was haben wir denn da noch? Ich kann gerne wollen. IS-6. T32. T54. T28. Prot. Das wird lustig. Ach so, WOT mal wieder abzuschmieren. Ach, das ist schön. Jetzt weiß ich, warum auch der, äh, wo ich den Mod vorhin aktualisiert hab, wieder ein Patch rauskam, von wegen auf die alte Modus setzen. Da weiß ich auch warum, ey. Tja. Das ist halt das Problem, wenn man mit Mods spielt, ne? Na gut, ich hab auch eine Mod drin, aber... Das ist jetzt, äh, nicht so gravierend. Das ist ja nur für das, äh, Crosshair. So, fangen wir mal schön zum Strand und gucken, wer da noch so liegt. Hier ist 6, komm ich so nicht ran. Fangen wir mal nach oben zur Suche. Wir suchen die mal. So, können wir da was sehen. Jo. Könnte man, wenn die jetzt nochmal wieder raushärt. Fisch. Ah. Der ging drüber. Ja. Uwe, wie sieht's mit hier aus? Bist du bald wieder da? Ja, ja. Ich hab einen Ladebildschirm. Der wunderbare Ladebildschirm. Oh, der geht ja links vorbei. Ich wollte höre, kann man. Komm, ohne vom Pferdi war auch mal schon genauer, ne? Da musst du halt nur treffen, ne? Ne. Sag bloß. Vor allem, du hast ne glatte, ne glatte Tausender-Wehnacht, ne? Ja. Äh, äh, Figuren. Alter. Ich treffe ja nichts. Du bist so scheiße. Weißt du das? Ja, das weiß ich wohl. Äh, was meinst du denn? Weißt du? Das Problem ist, ich kann es besser sagen, wie beim Kaleros, ne? Ich spiel länger mit dir, weiß ich mein. Und jetzt umzugewöhne, den Namen nicht zu sagen, weiß ich mein. Der ging voll durch ihre Panzerung. Alter, äh. Das ist Matthias. Das war uns schon mal voll im Saug. Wirkungstreffer! Oh, dann hat er immer noch 85 HP. Jetzt ist er weg. So. Jetzt haben wir doch schon keine Ahnung, wie viel Murmel draufgeballert. Er hat bald keine mehr. Na, da war doch eben noch einer. Da muss er hin. Siebenhundert Schaden gemacht. Oh, ich will da hier auch noch mal draufschießen und jetzt mal reißen. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Alter. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ey. Die schießen alle auf mich. Das war so nicht abgemacht. Genau. T32 ist ein Matsch. Tiger II deckt mir gleich den. Ah, den T15. Er hat also auf mich geschossen. Kann man hier durchschießen? Aha. Guten Tag. Komm, ich will noch ein bisschen mehr Schaden machen, wie es hier hundert. Ey, jetzt fährt der Tiger II genau in meine Feuerdiener. Wunderbar. Ja. Da ist noch ein Jagdband. Weißt du, es sind nur 700 Schaden gemacht. So, wunderbar. Dann haben wir ja noch mal eine schöne Runde zum Abschluss gehabt hier. Mal kurz die Gefechtsergebnisse angucken. Oh, sogar erster Schaden. Ha! Ich habe den meisten Schaden im ganzen Gefecht ausgeteilt. So. Wunderbar. Denn. Äh. War es das auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.